Die wichtigsten Verkehrswege sind die Straße, die Schiene, das Wasser und die Luft oder auch der Luftraum oder auch der Luftweg. So, wir fahren auf der Straße, wir fahren auf der Schiene oder der Zug fährt auf der Schiene, wir fahren auf dem Wasser, das Schiff fährt auf dem Wasser, aber wir fliegen in der Luft. Also das Flugzeug fliegt in der Luft.